Hallo ihr Lieben, grüße euch. So, heute will ich was ausprobieren. Ich habe hier zwei mega kleine Rahmen. Die haben sogar auch eine Staffelei. Super süß. Und die benutzen wir heute, um was auszuprobieren. Und zwar habe ich hier ganz unterschiedliche Rottöne, Orange und Gelb und Schwarz. Hier, ja, und, ja, Schwarz seht ihr gar nicht, aber da, von gestern. Und ich werde jetzt mal probieren, ich bin noch am überlegen, aber ich denke hier, oder ich nehme das Ruhe. Auf jeden Fall werde ich auf der einen Seite zwei füllen, weil das von der Menge her, das sind 2x6 Milliliter. Und das wird nicht reichen, wenn ich nur eins nehme, deshalb machen wir da zwei. Probieren wir einfach mal aus. Und hier so ein 24 Milliliter. Der passt auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Und ich werde jetzt nochmal die Farben ein bisschen optimieren. Okay. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Wir probieren mal richtige Flip Cups. So. Das würde ich jetzt gerne mal anders darum machen. Mal gucken, wie das aussieht. So, dann machen wir jetzt mal Flip Cup. Halb überdreht. Halb überdreht. Halb überdreht. Und... Oh je. Okay. Wenn man dann zu lange überlebt. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Wow. Untertitelung des ZDF, 2020